Wo sind die jetzt? Saublöd, dass wir das nicht mitkriegen. Und dass hier so wenig von diesen Dingern sind. Da ist einer. Scheiße, den haben wir nicht gekriegt. Ja, hier am Auto ist ja gar nichts, ne? Jetzt kapiere ich. Wir können unseren Ding hinten ans Auto packen. Jetzt kapiere ich's. Und dann damit losfahren. Wir sind kurz vor dem Ziel. Fährt sie ab! Scheiße! Ja! Wir los! Fack, 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 fack. Mann. Alter. Hier sind die. Hier ist noch eine Station. Und da auch. Verdammt. Pass mal auf, wir speichern mal einmal jetzt hier ab. Okay. Ab zum Auto. Wo ist unser Auto? Aber ich weiß nicht, womit wir die da gleich wieder bekriegen sollen. Wo ist unser Auto? Verdammt, wo ist unser Auto? Wo ist unser Auto? Da ist es. Richtung Wasserturm. Ja, 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 ja. Wir tun unser Bestes. Auch wenn das vielleicht gerade noch nicht ganz so viel ist. So. Aha. Da haben wir was. Auf dem Signal. Mhm. Da haben wir was. Die sind noch weiter da. Da haben wir sie. Scheiße. 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 Der ist tot. Alter, was hat der denn übrigens gemacht? Da ist noch einer. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Sterb doch mal, endlich. Oh, äh, ich meinte nicht uns damit, dass wir endlich sterben sollten. Huch. Oh, 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 oh. Okay, pass auf. Jetzt wissen wir, wo unser Auto steht. Nämlich da. Inwiefern uns das hilft, weiß ich auch noch nicht. Huh, ich vermute mal, dass das hier wohl der Endkampf sein wird. Das vermute ich jetzt mal. Wie sind wir denn bewaffnet, Mensch? Komm schon, komm schon. Nehmen wir... Ach Gott, da ist ja fast nix mehr drin. Scheiße. Also wie wir das schaffen sollen, weiß ich auch noch nicht. Strider aus Richtung Wasserturm. Oh. Das weiß ich jetzt auch noch nicht über der Chant. Wo sind sie denn jetzt? Ich seh gar nix mehr. Okay. Komm schon, stirb. Hinterher. Schnell. Aber wahrscheinlich stößt jetzt der Zweite auch noch mit dazu. Okay. Jawohl. Speichern. Obwohl wir fast im Arsch sind. Ja, ja. Oh, Moment. Hat der gar keine Begleitung mehr? Jawohl. Speichern. Naja, gut würde ich nicht sagen. Eher schlecht als recht. Aber wir kommen weiter. Wir kommen weiter. Wir kommen weiter, verdammt nochmal. Wir kommen weiter. Oh Mann, hier haben wir da wieder nix, ne? Da müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ähm. Scheiße. Scheiße. Wir müssen hinterher, wir müssen hinterher, wir müssen hinterher. Wir müssen hinterher. ス. Die hauen zu. Die hauen zu weit ab. Speichern. Gut gemacht, Freeman. Boah, können wir uns hier irgendwo heilen oder so? Komm schon, komm schon. Da haben wir noch was. Äh, komm schon. Halt. Ganz Auto. Gut, eingesetzt. Äh, speichern. Reinsetzen. Wie sieht's aus? Wo ist was? Wo sind die Nächsten? Am... Noch ein Strider aus Richtung Wasserturm. Oh, scheiße. Da. Da wird's angezeigt. Da müssen wir heben. Ui, 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 ui. Wann hört's denn auf? Oh, shit. Oh, 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 oh. Scheiße, scheiße, scheiße. Okay. Okay, 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 okay. Scheiße, der ist weg. Äh. Höh. Hinterher. Komm schon. Wir haben aber, glaube ich, seine Begleiter. Kalt gemacht. Jawoll. Alter Falter. Speichern. Ich weiß aber langsam wirklich nicht mehr. Ich glaube, wir haben's geschafft. Was? Wir... Moment. Achtung an alle. Land auf Schiffe mit weiteren Striders gesichtet. Noch etwa eine Minute bis zur Landung. Fallt euch. Wir haben noch was vor uns, Leute. Scheiße. Oh, Gott. Oh, oh. Komm, nochmal eben einmal hier so abspeichern. Oh, Gott. Oh, 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 oh. Da hinten. Da sind die in der Luft. Da, 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 da. Oh, nein. Oh, nein. Es geht weiter. Oh, nein. Jetzt ist einer beim Sägewerk. Oh, scheiße. Und die zerstören natürlich hier immer mehr. Ähm. Oh, nein. Wo sind die? Jetzt sind die aber so schwer zu rohren. Da hinten. Oh, scheiße. Das hat nicht geklappt. Wir brauchen eine Station. Wir brauchen eine Station. Und die Stationen werden immer weniger. Die werden immer weniger. Da hinten haben wir noch was. Äh, wo hier? Wo sind die? Verdammt. Ach, da hinten. Alter Schwede. Biss mal auf. Wir sollten die damit bekämpfen. Voll. Was? Vielleicht sollten wir hier bleiben. Ich wusste, dass das passiert. Oder doch nicht. Achtung, Leute. Das war doch nicht alles. Weitere Strider am Sägewerk gesichtet. Oh. Wo sollen wir denn hingehen? Noch einer bei den Kränen. Wo sollen wir denn als erstes hin? Die kommen näher. Die kommen näher. Da hinten. Wir brauchen ein verdammtes Wunder, um hier herauszukommen. Ja, aber ich glaube, wir bleiben jetzt mehr hier. Hauptsache, die greifen da hinten nicht noch an. Nein, nicht kaputt schießen. Nicht kaputt schießen hier. Das bringt nichts mit der Waffe. Und die ist einfach scheiße. Okay, den haben wir. Okay, wir setzen uns in unsere Kaffe rein. Okay. Scheiße, geparkt. Scheiße, geparkt. Okay. 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 Scheiße, wir müssen da hinten gehen. Wir müssen da hinten gehen, aber ganz schnell. Scheiße geparkt. Scheiße geparkt. Aber wie... Oh, und das wird immer schlimmer. Kommen wir nicht mehr raus. Okay. Mann, stirb. Mann, stirb. Ich weiß nicht, was ich hier nicht gehen soll. Das war's. Okay. Also, wir sind hier in den letzten Zügen.